Was für ein großer Erfolg nach diesem Nervenkitzel auch das zweite Spiel in der Best-of-Five-Serie der Wasserfreunde Spann 004. Trotz zwischenzeitlichen bangens radios gemeistert. Mit Waspo Hannover als Gegner ist nicht zu Spaß. Schon das erste Spiel in Hannover eng. Spannend. 10 zu 9 im Freibad Limmer für die Wasserfreunde Spandau. Sie rechneten auch diesmal mit großer Gegenwehr auf Seiten der Männer aus Hannover und diese kamen. In der ersten Hälfte starteten beide Mannschaften eher ruhiger. Beide warteten auf die Fehler des Gegners, auf den richtigen Moment. So wie hier Maurice Jüngling mit der Nummer 6. Der Allrounder machte das erste Tor für die Wasserfreunde Spandau 04. Von da an ging es auch schon ganz schön fix. Maxi Spandau mussten bis zur ersten Halbzeit fünf Gegentore einstecken. Zwei allein schon durch die Nummer 5. Darko Brigulian aus Montenegro mit einem Stand von 5 zu 4 für Waspo Hannover ging es in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte des Spiels ging es direkt weiter. Die Gastgeber mit einer Auffolja. Die Blicke waren überwiegend auf ihn gerichtet. Auf Darko Brigulian, der 1,80 große Spieler von Waspo, beängstigte die Spandauer regelrecht mit weiteren vier Toren. Schlimmeres konnte Lasto Baksa verhindern. Klasse seine Leistung. Der Torwart der Spandauer war mit vollem Körpereinsatz mit dabei. Doch zum Ende des Spiels stand es 11 zu 11. Also unentschieden und es musste ins Fünfmeter werfen gehen. Nachdem es nach der ersten Runde immer noch unentschieden stand, musste die voll besetzte Schwimmhalle in Berlin-Schöneberg weiter bangen. Das entscheidende Tor fiel dann aber doch nicht. Und somit gewannen die Wasserfreunde Spandau 04 mit 18 zu 17. Spandau 04 Wir wollen nur über unsere Arbeit und was wir im Wasser tun müssen. Wir helfen uns und kämpfen uns und kämpfen uns, wie wir im ersten Spiel und heute im zweiten Spiel haben. Es geht alles um hartes Arbeit und unsere Hände zu halten und dann wird das Ergebnis kommen. Und wenn es dann auch beim dritten Spiel in der Best-of-5-Serie so gut, so erfolgreich für die Wasserfreunde Spandau 04 ausgeht, dann können sie bereits heute, am Sonntag, den 37. Meistertitel feiern. Wir sind gespannt auf ein weiteres packendes Duell zwischen den Wasserfreunden Spandau 04 und Waspo Hannover. Danke.